da wenn er mich nicht denn er ist nicht gesehen ich muss das jetzt schaffen denn sie sind bei der Welt 2 1 ja aber wenn es nicht schafft auch nicht schlimm bis jetzt trotzdem 2 2 für die Füße ohne Browser zu können ich bin ein Hacker aber auch ohne Rennen hätte ich es nicht geschafft glaube ich doch können ich habe nicht drauf geachtet wie weit von der Klippe wird über der Klippe nach dem klar das ist so hart es so heißt hier nahe er wollte ich rennen du fehl naja das war so kurz vor okay also müssen wir drücken ja komm weh und ja bei mir was wieso bin ich 1 1 okay wir müssen Wurzeln benutzen scheiß Fick das heißt jetzt gehen aber nicht du wo auch Gott wir müssen das heißt immer zwei Level machen damit wir Wurzeln können jetzt stehe ich mir aber ganz gut an oder nö 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 scheibe ok noch mal wie da muss ich das machen so noch mal du tropft so und nekaule nö 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 Oder? Doch! Na, man kann sie nicht laden, oder? Moment, ich guck da kurz nach. Da kann doch was nicht stimmen. Ähm. Was zum Teufel? Was jetzt? Ich kotz ab, ey. Sooo. Na ja, Versuch. Wir gucken erstmal, ob das mit Safe-Safe funktioniert. So, save zu lernen. Und ich kann nicht laden. Umschalt und ein zu lassen. Ne, funktioniert nicht. Schade. Man kann speichern, aber nicht laden. Ergibt Sinn. Ähm. Ach, leck mich doch. Ist doch kacke. Ne, was ist scheiße. Ja, ich mach das jetzt so lange, bis ich da bin. Bis ich es geschafft habe. In Welt 2. Fast nur in die. Ich dachte schon. Ja, ne, klar. Ey. Glück. So war schon. Boom. So. Super Mario. Mario. Mario kann bringen wir als jeder andere Mensch. Mache kann höher springen als jeder andere Mensch. Ja, ne. So, jetzt vorsichtig. Wir wollen doch keinen Blick riskieren in die Tiefe. Ich will mal wissen, wie es da drunten aussieht. Ich auch. Mal reden. So, jetzt gleich kommt Warp Zone, wenn ich das Level jetzt nicht schaue, dann erhänge ich mich selbst. Du erhängst sich. Dann gibst du mir früher dein Account für, was für ein Programm doch immer benutzt. Für was? Alter. Ja, Video. Hä? Ja, womit du Videos drehst. Ne. Ne. Toll, jetzt kann ich keine super obergeilen Dinger schießen, Alter. Ist doch für ein Abkacken. Ne, ich will kein Leben. Ich muss da hoch. Ja. Okay, not abkacken. Nein. Nein, muss ich es halt so schaffen. Das schaffst du schon nicht. Ja, danke, dass ich dein Vertrauen habe. Egal, hab's geschafft. Wow. Alter. Das war fies, ein bisschen. Ein bisschen. Nein, ich muss doch nach oben. Alter, ich muss Warp Zone. Boah, das wäre es gewesen, wenn ich es nicht mehr gemacht habe. Ich glaube, ich muss sie auch noch schaffen, ne? Ja, du musst das auch noch machen. So. Das muss ich jetzt immer machen, wenn ich get over gehen. Dann erzwingen Glückwunsch, man hier, Chris. Also, voll Blume. OMFG. Oh, fucking God. Was zum, ich bin schon wieder durch den Block geblitzt, Profil. Das gibt es doch nicht. Oh, mein Gott. Nein, nein. Es tut mir sehr, sehr leid. Danke, dass ich dein Mitgefühl herankt habe. Was mache ich? Was? Eine Ranken. Nein! Fail. Ey! Wanderobens. Alter! Auch diese verfickte Ohren scheiße. Wanderobens. 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 Das ist doch. Ey, du warst auf Welt 2. Ja und? Aber ich nehme doch kein Leck wahr. Ich lasse mich durch den Leck doch nicht beeinflussen. Klar. Ne. Ne. Schlecksen perfekt zum Arsch ficken. Ja, ich bin. er hat der Schloss was man tun können 8 das gibt es noch nicht nicht selbst nutzen ich kann keine Selbstwertung bescheuert so kann ich kann das heißt dass wir uns so kann in der Pläcke eine Selbstwertung